der traum der sultaner habe ich die aufnahme startet so kann schon weitergehen und direktorin unsere lehrlinge würden dich gerne um rat bitten es geht um das orchestrion das sie für die sultan anfertigen du findest sie drüben am chakra wasserfall das scheint ihr bevorzugter versammlungsort zu sein wenn sie etwas zu verbergen haben und wenn du schon mal dort bist richte ihn doch gleich doch bitte aus dass sie in der werkstätte gebraucht werden es gibt dann noch andere dinge die ihre aufmerksamkeit verlangen die rektorin belladonna du wirst es kaum glauben aber wir haben bereits mit der arbeit an dem orchestrion begonnen und das ohne fräulein emmeloth zu rate zu ziehen da wir sehen wollten wie weit wir ohne ihre hilfe kommen würden wie zuvor haben wir die arbeit unter uns dreien aufgeteilt und ich kümmere mich um den zylinder die einzelteile sind bereits fertig und müssen nur noch zusammengesetzt werden wo und es fehlt natürlich noch der letzte schliff und das andere der juwelen mit diesen beiden dingen würden wir gerne dich betrauen immerhin wäre die kronjuwelschmiede ohne dich nicht die kronjuwelschmiede aber zunächst mal würden wir uns freuen wenn du und fräulein emmeloth einen blick auf die arbeit werfen könnte um deren qualität zu beurteilen ja wir haben uns insgeheim an die arbeit an dem orchestrion gemacht meine aufgabe sind die verzierung und ich hatte gehofft du könntest mir sagen was du davon hältst ursprünglich hatten wir vor das produkt alleine fertig zu stellen aber es ist uns dann doch anders überlegt ihre majestät und du kennt euch schon recht lange nicht wahr daher fanden wir das geschenk würde noch besonderer werden wenn du den letzten schliff anlegst und die juwelen einsetzt um Vielen Dank. 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 erledigen können sollten. Doch ich weiß den sentimentalen Gedanken dies dir zu überlassen, durchaus zu schätzen. Wie unsere Lehrlinge schon erwähnten, die Kronjuwelschmiede wäre ohne dich nicht die gleiche und als persönliche Freundin der Sultana würde deine Beteiligung dem Geschenk noch zusätzlich Bedeutung verleihen. Juwelen sind nicht nur ein Symbol für den Glauben ihrer Majestät in uns, sondern bergen auch die Erinnerungen an ihre Mutter. Wenn jemand von uns die Ehre zuteil werden soll, ihnen ein neues Leben einzuhauchen, dann bist du eindeutig du das. Und damit überlasse ich dir das Feld. Denk dran, wenn du zusätzliche Materialien brauchst, sprich einfach mit Kantschana. Ich freue mich schon darauf, das fertige Orchestrion zu bestaunen. Und dann kommt es wieder ein Niemalschmiede. Ich bin die Niemalschmiede, die ich schon mal überraschend habe. Ich bin das für ein Niemalschmiede und dann bin ich geschenkt. Ich bin das für ein Niemalschmiede und ich bin das für ein Niemalschmiede. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich fand das so gut. Ich muss die Sachen noch klippen. Meine Güte. Das ist ja großartig. Definitiv das raffinierteste und eleganteste Orchestrion, das ich je gesehen habe. Ich kann es mir bildlich in den Gemächern der Sultaner vorstellen, wie seine Klänge sie langsam in den süßen Schlummer wiegen. Solche eine fabelhafte Widmung verlangt nach einer gebührenden Gelegenheit, um sie zu überreichen. Selbstredend ist dazu deine Anwesenheit und die der Lehrlinge vonnöten. Ich werde eine Audienz der Kronjuwelschmiede bei ihrer Majestät beantragen. Bis dahin sollten wir über das Geschenk stillschweigen bewahren. Ich werde das Orchester und deine Autoputte überlassen, Murasaki. Ich habe es bereits als Geschenk eingepackt. Wenn die Zeit gekommen ist, bringe es bitte zum Palasteingang auf der Herrscherpromenade. Nenne der Palastwache einfach dein Anliegen und man wird dich einlassen. Wir treffen uns dann dort. Wenn wir übrigens diese Questreihen alle heute fertig bekommen, könnte es sein, dass ich morgen vielleicht sogar gar nicht streame. Dafür streame ich aber heute schon ziemlich lang, weil ich streame schon seit 7 Stunden. Und dann mache ich morgen vielleicht so Nebensachen. Es sei denn, ich will noch ein paar Missionen machen, weil ich das aufnehme, dann werde ich es auf Streamen. Ich will ja auch Interessantes zeigen. Final Fantasy kann man zum Glück auch so spielen, ohne dass ich aufnehme, was ich gut finde. Ähm. Ah. Ähm. Ähm. ... Hier in die Tür L igual情freude ... 2. 1. 2. 2. 3. 7. 10. 10. 11. 11. 13. 14. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 20. 21. 22. 21. 22. 22. Eben nur der Redner. Stimmt ja. Kammer der Regentschaft. Stimmt ja. Ah, Murasaki von der Kronjubil-Schmiede. Wir haben dich bereits erwartet. Ich hörte, du hast ein Geschenk dabei. Sehr gut. Deine Kollegen sind auch bereits eingetroffen. Ich werde dich zu ihnen geleiten. Ihre Majestät wird euch in ihren Gemächern empfangen. Seid ganz ungezwungen, meine Freunde. Mir wurde gesagt, ihr hättet ein Geschenk für mich. Jawohl, eure Majestät. Ein bescheidenes Zeichen der Dankbarkeit unserer Lehrlinge für euren Großmut. Trügen mich meine Augen etwa? Gefällt es euch nicht, eure Majestät? Sie liebt es. Wie könnte es mir nicht gefallen? Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Und die Juwelen, mit denen es verziert ist, sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Könnten sie wohlmöglich... In der Tat, eure Majestät. Wir haben uns erlaubt, die Juwelen aus der Krone eurer Mutter dafür zu verwenden. Oh, wie sie sich freut! Das ist, glaube ich, die einzige Lala-Fell, die ich cool finde. Und Tataru. Die sind einfach cute. Ähm, darf ich es mal ausprobieren? Selbstverständlich, mit dem größten Vergnügen, eure Majestät. Also, wenn es den Zwiebelrittern in diesem Spiel geben würde, ne? Würde. Er wäre ein Lala-Fell. Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Lehrlinge. Die die einzelnen Komponenten gefertigt haben. Und ihre Direktorin Belladonna, die dem Stück den letzten Schliff gegeben hat. Ich habe die Krone bereitwillig hergegeben. Und keine Gegenleistung dafür erwartet. Doch nun ist es zu mir zurückgekehrt. Neugeborene in prächtiger Gestalt. Neugeborene in prächtiger Gestalt. Neugeborene in prächtiger Gestalt. Neugeborene in prächtiger Gestalt. Neugeborene in k смотреть. Neugeborene in prächtiger Gestalt. Ich kann meine Dankbarkeit nur schwer in Worte fassen. Nicht nur für dieses Geschenk, sondern auch für das, wofür es steht. Eure Entwicklungen zu Goldschmieden, die zu einer rosigen Zukunft für eure Heimat beitragen werden. Ich habe da... Von Anfang an vollstes Vertrauen in dich, Murasaki. Aber ich hätte nie zu hoffen gewagt, dass dieser Tag so bald kommen würde. Ich danke dir vielmals. Wie ist es kalt. Ich danke dir. 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 Die Auseanz hätte kaum besser laufen können. Dürfte ich wohl vorschlagen, dass wir der Goldschmiedegilde einen Besuch abstatten, bevor wir nach Ralgas Wach zurückkehren. Und dann können wir die Goldschmiedegilde einen Besuch abstatten. Vielen Dank. 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 Es kursieren zwar häufig Gerüchte in Ulda, aber diese Neuigkeit haben sich doch erstaunlich schnell verbreitet. Das ist in der Tat. Das ist in der Tat einigartig. Außer uns war niemand. Wir waren bei der Audienz. Ich glaube, das ist in der Tat einigartig. Ich glaube, das habe ich gelesen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Es war zwar zwar nicht. Es war zwar zwar nicht die Absicht. Das ist in der Tat. Das ist in der Tat. Das ist in der Tat einigartig. Das ist in der Tat. 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 Ich denke mal, jetzt stehen sie da auch als MPCs rum. Egal wo du dich aufhältst, du wirst immer unsere Direktorin und herzlich willkommen sein. Fräulein Emeloth, wenn ich noch kurz einen Moment eurer Zeit in Anspruch nehmen dürfte, würde ich gerne die Liefermodalitäten mit euch besprechen. Und bevor sich unsere Wege trennen, erlaubt mir zum Ausdruck zu bringen, dass es mir eine Ehre war, euch alle auf diesem Weg begleiten zu dürfen. Selbstverständlich werde ich die Entwicklung der Grundjuwel-Schmiede weiterhin mit großem Interesse verfolgen und hoffe, dass sie schon bald dem ganz Iosea bekannt sein wird. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich denke ja mal, dass wir die wahrscheinlich auch wiedersehen werden im nächsten Addon, wenn es wieder neue Berufssachen geben wird. Und schau mal da, wieder ein Level-Up. Wir haben zwei Level-Ups als Goldschmied gemacht. Und noch drei Level bis zum Max-Level. Also wie gesagt, ich denke ja mal, wir werden die wieder sehen. Also die Manufaktur ist ja in der Splitter-Welt, da hat keiner aus dieser Welt Zugriff zu, außer wir. Deswegen sind das komplett eigene Storystränge, die nichts mit denen aus Eosea zu tun hat. Aber das nächste Addon wird wahrscheinlich wieder Eoseisches Land sein. Und vielleicht kommen dann auch wieder Berufsquests. Oder die lassen sich wieder sowas einfallen. Aber ich denke mal, die lassen sich wahrscheinlich wieder sowas einfallen wie die Manufaktur. Und da wird man die wahrscheinlich sehen. Vielleicht haben die ja sowas aufgebaut. Man weiß es ja nicht. So.